Ja, meine Freunde, Spiel ist aus. Was soll ich euch erzählen? 2 zu 3 haben wir verloren gegen Belgien. Erstmal die positive Nachricht. Niklas Völkug hat wieder getroffen. Das ist sehr, sehr positiv. Das ist schön. Im sechsten Spiel, sechstes Tor und eine Vorlage insgesamt. Jetzt gute Statistik. Niklas Völkug, da hat sich, glaube ich, jeder Werderaner gefreut und ich mich auch. Hat den Elfmeter nicht nur selber reingemacht zum zwischenzeitlichen 2 zu 1 am Ende der ersten Halbzeit, sondern auch selber rausgeholt hat, indem er eben, ich glaube, Lukaku angeköpft hat, wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere. Das aber auch zum, ja, erstmal einzigen Positiven, die jetzt in den ersten Sätzen zumindest, ich werde gleich auch noch vor allem Emre Can loben, aber ich muss erstmal zur ersten Halbzeit sagen, Alter, was hat Deutschland denn da gemacht? Wie haben wir diese Dinger verteidigt? Nach 6 Minuten steht es 1-0. Ich habe noch, also Carrasco, ein Ball auf linksaußen, also aus Belgiens Sicht auf linksaußen, unfassbar frei. Du hättest ein LKW da drinne parken können, wenden können, alles machen können. So viel Platz wie Carrasco hat zu einhaken, dann schießt er den eiskalt rein, nach Vorlage von Kevin De Bruyne und nach Vorlage von Kevin De Bruyne in der 9. Minute, 3 Minuten später, ein Chip-Ball auf Lukaku, der knallt in einen Reim, stehst du nach 9 Minuten 2-0 hinten und jetzt kommt das Traurige. Eigentlich hätte es nach einer halben Stunde gefühlt auch 4-5-0 Belgien stehen können, meiner Meinung nach. Das war viel zu wenig, wir kamen sehr, sehr schlecht rein, standen hinten ganz komisch. Belgien hatte wirklich mit sehr, sehr wenig Mitteln im Prinzip, oder sie, nee, anders, ich muss es anders formulieren, sie brauchten sehr wenig Mittel, um uns komplett zu brechen. Also es war so ein einfaches Spiel auch zwischenzeitlich, mit einem genialen Kevin De Bruyne, zwei Vorlagen, ein Tor, muss man sagen, extrem krass. Trotzdem, der Treffer in der 44 Minuten von Völkut hat uns gut, vor allen Dingen aber auch in der 32. Minute haben wir doppelt gewechselt. Nachdem Goretzka verletzt war, ging er runter und Emre Can kam rein und eben Mecha kam rein für Würz. Die Aussätze habe ich nicht verstanden, Mecha, Würz, da hätte man Würz auch weiter auch noch eine Chance lassen können, Mecha in den zweiten Ansätzen immer noch bringen können. Aber Emre Can war ein Wirkungswechsel, hat Stabilität im Mittelfeld gebracht, was wir die kompletten ersten 30 Minuten überhaupt nicht hatten. war super in den Zweikämpfen, hatte viele Balleroberungen, hat viele Gegenkontakte mit eingeleitet und war dann auch, sage ich mal, mit Teil davon, dass sie in der zweiten Halbzeit einfach auch besser waren als Belgien. Trotzdem muss man auch so fair sein. Ja, muss man sich irgendwie ein Stück weit dann auch nicht wundern, dass wir trotzdem verloren haben, weil es einfach zu wenig war. Wir waren oft zu inkonsequent, haben die Dinger nicht komplett zu Ende gespielt. Gnabry einmal mit einem super Solo, irgendwie drei, vier Mann ausgedribbelt, spielt, schießt dann selber drauf, trifft irgendwie den Innenpfosten dann raus. Ganz ehrlich, nimmt er da den Kopf hoch, spielt den rüber, dann ist das Ding hundertprozentig drin. Schade bei seinen ersten Aktionen zweimal, einfach ist es ausgelaufen. Dann bei der dritten Aktion, seiner ersten richtig guten Aktionen, macht er eine super Vorlage auf Gnabry zum 3 zu 2 Anschlusstreffer. Vorher natürlich das 3-1 von Belgien mit Kevin De Bruyne. Das war übrigens der einzige Schuss in der zweiten Halbzeit von Belgien. Also ein Schuss in der gesamten zweiten Halbzeit von Belgien und der war drin. Man muss aber auch dazu, auch da sahen wir wieder nicht gut aus, gerade in der Defensivbewegung, alle gefühlt abgeschaltet. Das sah einfach nicht gut aus. Und man muss da auch ganz ehrlich sagen, wenn du vorne die Dinger nicht machst in der gesamten zweiten Halbzeit, brauchst du dich wundern, wenn du dann hinten irgendwann einen reinkriegst. Das ist auch dieser Klassiker. Dann muss man auch betonen, dass Belgien in der 46. Minute, haben die dann auch angefangen zu wechseln, in der 48. Minute Doppelwechsel. Und da hast du schon gemerkt, als auch Vertonken, Carrasco, Lucobacchio und auch Lukaku dann raus waren in der 68. Dann ging auch wirklich, ja, eigentlich fast gar nichts mehr so groß. Ich finde auch 2013 sehr gezogen. War so ein Stück weit auch langweilig dann oder langweiliger dann. Wie gesagt, zwei, drei gute Aktionen gab es. Gerade das Tor von Gnabry dann am Ende nach Vorlage. Schade, muss man sagen, ist gut reingekommen. Aber auch diese Einzelaktion von Gnabry, wo er dann da ein paar Leute aussteigen lassen. Schade, dass Fögo nicht nochmal getroffen hat. Er hatte auch nochmal eine richtig gute Kopfball-Aktion gehabt zwischendurch. Ja, sei es drum, 3-2, verlieren wir das. Man muss, wie gesagt, am Ende sagen, also wie gesagt, Belgien hätte am Anfang auch 3-4-5-0 führen können. Dafür ist das Ergebnis noch ganz gut. Zweite Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Erste Halbzeit war Belgien die bessere Mannschaft. Demnach könnte man sagen, unentschieden hätte man sich die Hand reichen können. Aber auch das 3-2 jetzt kommt nicht aus heiterem Himmel. So ehrlich muss man dann doch auch schon sein. Naja, ich hau mich jetzt auch hin. Bin müde geworden durch die zweite Halbzeit. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare rein. Ich bin raus, euer Nico und ciao.